Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi-Blog, ganz kurz in eigener Sache. Heute Karfreitag startet unsere Osteraktion und wie bei allen unseren Aktionen, unsere Futter sind sensationell reduziert, insbesondere dann, wenn Sie sich für Großpakete entscheiden, 10 Kilo, 20 Kilo und da ist es eigentlich egal, welche Sorte, es ist gnadenlos reduziert. Und wann, wenn nicht jetzt, kann man sich am besten mit Futter für die Saison eindecken. Die Temperaturen zu Ostern, ein Traum, also ich glaube, wir haben somit der schönste Ostern seit Jahren und die Temperaturen sollen auch stabil oben bleiben. Heiß, die Teiche werden warm, die Fische werden hungrig und wenn sie jetzt im Frühjahr hungrig werden, sollte man ihnen auch entsprechend geben, was sie fordern. Natürlich unter Beobachtung der Wasserwerte, aber Sie kennen das Spiel ja, im Winter werden die Energiedepots der Koi leergepumpt und jetzt im Frühjahr, wenn sie sich an ein höheres Stoffwechselniveau anpassen, dann sollte ausreichend Energie da sein, um Probleme vorzubeugen, wie zum Beispiel einem Energiemangelsyndrom oder anderen Problemkreisen. So, was haben wir? Wir haben unsere ganz normalen Futtersorten, die sind alle reduziert. Ich will Ihnen jetzt nicht irgendwelche Preise herunterlesen, das ist langweilig. Sehen Sie bei uns auf www.konishi-koi.com im Futtershop. Im Geschenkshop sind ein paar neue Dinge hinzugekommen, zum Beispiel das sechste Modern Koi Magazin auf der Titelseite Philipp Bucher von der Koi Lounge Zürich und Sascha Hock von Genesis, weil Genesis hat die Koi Lounge Zürich jetzt final erstmal umgebaut, wirklich traumhaft schön, wird auch in nächster Zeit, werden die Blocks dazu hochgekommen und wenn Sie in dem letzten Jahr bei uns Futter gekauft haben, wir haben die ganzen Kunden vom 1. Januar 2018 bis jetzt genommen, die haben es kostenlos geschickt bekommen, alle anderen können es für einen Warenwert von 50 Euro als Geschenk auswählen. Ein tolles Magazin geworden, gefällt mir selber sehr gut. Dann haben wir einen neuen Kaffeebecher, oder nicht einen neuen Kaffeebecher, einen Coffee-to-go-Becher, hat man mir gesagt, ist das. Und zwar, wenn Sie an Ihrem Teich Kaffee trinken wollen oder Tee, eignen Sie sich auch für Tee, dann können Sie den verschließen oder ist verschlossen. Also es ist alles hochprofessionell hier und dann fliegt Ihnen da kein Ungeziefer rein. Also ich bin völliger Fan von dem Ding. So, Sie sehen es, dann haben wir noch ein T-Shirt in Kaki mit schwarzer Aufschrift. Koi Keeps, Koi Keeps, Boys Keep Koi, so wird ein Schuh draus. Das gab es zur Weihnachtsaktion schon als weißes T-Shirt, war der Verkaufsschlager damals. Dann haben wir noch unsere beiden anderen T-Shirts, das 1919, kennen Sie auch, mag ich auch sehr gerne. Und natürlich Christian. Dann haben wir noch die meisten, da hat man mir aber ein Zelt hingelegt, mein lieber Schieber, was war denn das? So, dann haben wir noch ein paar unserer alten Magazine, die sind noch verfügbar, nicht mehr alle. Mit Oli Roggisch, mit Ole und mit Reini, die sind noch da. Dann haben wir noch das Koi Varietätenbuch, das machen wir jetzt in aller Kürze. Und wir haben noch die Hohe Schule der Schönheit, das haben die meisten aber auch schon. Dann haben wir natürlich jetzt im Frühjahr das Keimlingsöl, das Sie das Futter auffetten können. Das heißt, den Energiegehalt etwas anheben, den Kaloriengehalt etwas anheben, damit die Energiedepots, die leergepumpten haben, möglichst schnell wieder voll werden. Unser bekannter Konishi-Becher und wir haben natürlich immer noch unseren Sitzfutter-Eimer. Das ist überhaupt der Geschenkeschlager schlechthin. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, Ihnen frohe Ostern zu wünschen. Genießen Sie die Tage und vor allem das geile Wetter. Und es wird sicherlich schon die ersten tollen Stunden am Teich gehen. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.